Der von der Frankfurter Eintracht mühevoll erkämpfte DFB-Pokal kommt zur FR. Und alle sind völlig aus dem Häuschen. Unser Sportredakteur Ingo Dürstewitz übersieht vor lauter Freude fast die niedergehende Parkhausschranke. Und gut packt Eintracht-Vorstandsmitglied Axel Hellmann im Pokal ein und lässt sich fast fallen. Am Ende wird aber alles gut und alle Eintracht-Fans der FR-Redaktion jubeln lautstark im Redaktionshof. Untertitelung des ZDF, 2020